hallo meine sehr geehrten damen und herren und willkommen zu einer neuen folge minecraft namenlos ja wir sind im letzten mal sehr oft gestorben und wir fangen heute da an wo wir das letzte mal gestorben sind und wir sind immer noch auf der suche nach leder toll schauen wir mal vielleicht gibt uns ja dieses diese ziege ein bisschen leder ich lege mal das leder in die offhand vielleicht dann sehen wir immer wie viel leder wir gerade haben ja hier sind pferd weil pferde geben wir auch leder glaube ich denke ich manchmal hoffe ich haben wir ganz viele halleluja mit leder gibt mir euer leder bitte auch leder werde nachsicht gibt mir leder mein leder man hallo kannst du mir bitte leder geben so mal elegant schnell den timer gestartet so die musik auch mal schnell gestartet warum gibt denn hier kein pferd leder das darf so nicht wahr sein also leder ist echt zu einer mangelware geworden kommt mir vor irgendwie pferde drehen jetzt haben wir zwei leder schon mal schon weil ich das sind löwen auch komm schon das gebe ich mir nicht noch mal das ist das da sind das kür bitte 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 ja das sind kühe als ob ja gibt neue leder schöne kühe haben wir schon mal drei drei leder der stier wird uns wahrscheinlich angreifen ach doch nicht halleluja wie viele wir sind denn hier gott sei dank was ist das also so ein püffel denn löwe stört mich warum muss diese löwe da jetzt chillen warum kannst du mir sagen ach komm schon bitte klatschen dann bitte nicht bemerkt mich einfach nicht meins ich bemerke es oh gott sei dank und schnell weg schnell weg schnell weg fünf leder haben wir wir brauchen wir brauchen sieben leder glaube ich davon spricht hat man auch schon sieben in der hand sehr gut dann hätten wir den backpack zusammen wenn schon mal aber vielleicht finden wir ja da jetzt noch ein paar kür das wäre natürlich schön wenn da noch ein paar kür spawnen würden ich gehe mal hier durchs wasser und schaue ich auf der anderen seite noch was finde hier geht es einfach nur baum stumpf das büffelzeug brauche ich mal gar nicht schau mal vielleicht haben wir da noch kür ich will jedenfalls nasshorn und löwe diese löwen diese löwen nerven halt auch ein bisschen naja kann man nichts machen die löwen sind halt mit dabei beim modpack so minecraft neuland ich finde ich bin eigentlich richtig zufrieden kleine äffchen vielleicht richtig zufrieden mit dem namen nicht neuland namenlos so namenlos minecraft namenlos habe ich vorher neuland reichen im intro gesagt ich weiß es nicht mehr wie süß ist das eigentlich tschuldigung ich habe schon viel zu viel wieder für diese tieren für diese kleinen niedlichen tierchen ich habe ja ich habe wer zwischen den folgen mal kurz die todespunkte raus gelöscht und dabei ist es mir leider passiert dass wir dass ich den kisten punkt gelöscht habe und ich sehe gerade ich bin ruhig bin im creative modus warum will ich dann hei 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 game mode 0 ich weiß schon warum ich im creative modus war ich war im creative modus weil ich die wegpunkte gelöscht habe und keine ahnung fragt mich nicht irgendwie ist es nur kreativ gegangen deswegen weil ich kreativ muss nur dass ihr das wisst ich habe mir nicht erschütet versprochen ihr könnt man im teil überprüfen gegenüber der letzten folge es hat sich nichts verändert das kann ich euch versichern so ich schaue mal kurz auf das war knapp auf auf der minimap nach wo wir denn gestartet haben das war hier beim hexenhaus das ist da ist unsere kiste kann ich mir hier im weg und da ich sitze neuer nicht hier ja und hier möchte ich mir einen wegpunkt setzen geht das nicht welche drücken es könnte sein und machen wir es wieder so grün also gut weiter geht's dann schauen wir mal richtung heimat dann können wir uns gleich den ersten rucksack kraften ich möchte mal ganz kurz nachschauen weil da war ja das hier der erweitert nämlich unseren rucksack und warum wir leder und strings okay der erhöht nicht die kapazität unseres rucksacks und deswegen wollte ich mal kurz nachschauen wie das für den kraften so in die richtung muss ich ja da haben passiert schon so entschuldigung gehen wir mal wieder richtung heimwärts also wir haben es wirklich geschafft wir haben wirklich ein bisschen leder gefunden nach einer gefühlten ewigkeit nach der odyssee der kuh odyssee ein guter folgen aber cool die kuh odyssee wahrscheinlich wer die folge zu heißen und die letzten folgen so part 1 part 2 ja ich glaube das ist eine ganz gute idee so dann schauen wir mal und dann kraften uns noch schnell den rucksack und dann ist die folge ich schon wieder ziemlich am ende schauen wir mal die hexe eigentlich noch zu hause das würde mich interessieren keine ahnung kann mir eigentlich egal sein solange sie mich nicht angreift aber einfach wäre ganz gut zu wissen für die beruhigung nein sagt bloß ich habe ich bin so ein dumm was gut ein bisschen gold haben wir verschwendet toll sagt die pressure plate und dann ok das will mir nicht angezeigt dann nehmen wir das wahrscheinlich offend so können wir das leder anordnen zack und eine pressure plate und haben eine backpack wo wir jetzt die wichtigsten sachen verstauen können so da geben wir mal was geben wir daran also das essen können wir gleich durchbraten dann haben wir gleich noch ein bisschen was also das so wie gehen wir mal das hier rein das zuckerrohr river king auch mitnehmen das nehmen wir auch im backpack rein das kupfererz das alles das das pflanzenförison könnten auch noch schnell reingeben zack 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 zackеюсь nein die spiele augen aufgegriffen nicht unbedingt aber ich muss man inventar wieder sortieren sollte er sich fällt auf setz irony ob sowas er öffnet und die auf ok das sind unterschiedlich noch interessant immer das war alles daran ist weil gut leute ich würde sagen das war es schon wieder für diese folge wir haben endlich unseren eigenen rucksack bekommen war auch endlich an der zeit wir haben endlich kühe gefunden leder gefahren und uns den rucksack gecraftet wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt lasst ein abo da und schreibt ruhig in die kommentare was ich verbessern kann wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt minecraft namenlos so jetzt wollte ich schon neuland wieder sagen namenlos minecraft namenlos haut rein macht's gut bis zum nächsten mal und ciao ja 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 Bis zum nächsten Mal.